30 10 ich schnapp blavenhunde sollte man nicht wecken auch wie gesagt auch wie gesagt Nachtaktion Obst 50 Opeln 15 von 50 20 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 22 äh, ja, eine Fasane. Das ist was, aber es ist was. Irgendwas mit. Ich dann. Ja. Dann, die waren ja fertig. Okay. Hello. Warte. Auah. Ich hoffe, dass die Fauna und so weiter wächst. Nachwächst. Dass sie alles weggefahren ist. Und die sehe ich nachher blöd aus. Was ist denn? Ach, Mann. Ach, Mann. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. also hier sind wir und wir müssen jetzt nach links immer sein verkehr zum karte an den rennen oder in den röntgen Oh. Köln Ruh. Kötting. Kackau. Ach, warte mal. Ruhpuch. Oh. Dann ist das... Nein. Ich dachte gerade Kack auf. Ja, super. Ich würde auch hier nicht sagen. Ein bisschen kackfrech. Einfach so. Ja, gut. Wahrscheinlich kann man das nachher für Dünner oder für Nutzen. Einfach mal vor die Füße. Und kackern. Okay. Dann wird es schön hier die Hosentasche stecken. Hm, jäcker ab. Guck mal. Dünster. So, hier vorne ist mir keiner vor. Hier sieht es mir keiner. Okay. Ich würde mir nicht zwei rum. Eigentlich müsste ich hier stockdüster sein. Auch, ähm... Auch, ähm... Wenn da einmal abends einer Fallen rum... Wenn du hier... Dinge tut. Ich will es euch jetzt. Ich will es euch jetzt. Äh... Sleep until tomorrow. ... ... ... ... Ja, das war's. Ja, das war's. Raging. Raging. Buck catching. Buck catching. Ding, sag mal 2,190 und wir haben noch 41. Ohi, ohi, ohi. Äh, wir müssen uns auch später beleißen. John is visiting the, äh, keine Ahnung. Hm. So, guten Morgen. Oh, ja, nimm mal. Oh, alters. Gut auch. So. Warum jagt den Vogel? Oh, 7.15 Uhr. Wie steht's denn nicht früher? Oh. So. Ich will mal E drücken. Oder irgendwas. Weil eben links nicht funktioniert. Und dann woanders. Versteht man. Nicht. Ist auch okay. Und diese Muschel, ne. Die lässt sich überhaupt nicht fangen. Ja, jetzt. Also. Ne. Hatte ich schon, schon, schon mitbossen. So, wirklich. Verdammt klein. Ey, ich hab das Zelt eigentlich, nicht geil geworden. Ne Fieser. Ne Fieder. Also. Das, was da steht. Ähm. Da wollen wir auch. So. 47. Hier geht's mal. Ja, du bist. Ich will. Ich will. Dinge wieder mit uns. Ah ja. Oh. Oh. Ich auch. Kannste. Ich will. Ich will. Arbeiten. Also. Ich will. Ich will. Ich will. Hör mal. Ich will. Ich will. Aber allem gut. Ein Wurf. Cool gear. Einfach blauer. Ein bisschen handeln können. Vielleicht kommt die Wieste fast direkt. Geil! Ich kann Glühbirmchen in der Hand nehmen, und dann habe ich quasi noch eine Lampe. Das ist ja noch. Ich spart mal ein Wurf. So. Sehr richtig. Ich weiß es nicht. Nach weiteren Butterflies auszuschauen. Kannst du die Wurzeln rum? Hier? Wo? Also versteht mich nicht falsch. Ich würde ihn schlecht machen. Sehr entspannend. Aber ich habe schon im Treller gesehen. So die. So die. Es gibt Dungeons natürlich. Mühlen etc. Auch alles rumhuseln können. Und, und, und. Friede, frohe. Es gibt auch andere Dinge. Au. Ja, ja, richtig. Blue Moon Butterfly. Blau. 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 Ein Blau. Ein Blau. Ein Blau. Und die Tür. Andere. Es ist schon wieder was für. Hine. Wien. 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 Alles einerlei. Ich habe übrigens mal gehört. Ich dachte immer so. Wien. 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 Oh Gott. You catch a fly. Okay. Du. Catch. Das ist ein Straub. Wo ist er? Oh, wo ist er? Oh, wo ist er? Oh, wo ist er? Oh! Das ist ne Dechse. Heilige Dechse. Kann es sein, dass Tag für Tag man immer mehr Tiere gucken, die gut oder auch nicht so gut sind? War für ihn froh. Aber hab so das Gefühl, dass das so irgendwie gemacht wird. Tag, äh. Verbracht hat, vorbei hat, etc. was man sagen kann. Ähm. Danke. Danke. Ah, oder? Hey, you catch a blue moon butterfly. Oh, Kann er noch mal. Ich schau. Was? 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 Ja, Ja, das kann. Ja, das kann. Alter, jetzt zimbert den doch. Ja, mit Jumping. Hallo? So. Ah. Ulyssiss. Butterfly. Ich glaub, das war der, den der Humble. Der Ulyssiss. So, dann sollten wir mal da Richtung Heimler zwingen. Ja, ich denke, dass in manchen Gefilden sind die halt zu finden und in manchen nicht. Und so und so. Oh, oh, oh. So. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. die die hunde wer seid ihr denn Oh der greift gar an. Der greift gar an, habt ihr das gesehen? Der wollte mich angreifen. Was heißt denn? Was? Oh. 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 Gehst du weg hier oder was? Haha. Dude. Ich merke schon das. Lande, 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 lande. Ruhig. Zadda. Hat ja gesagt, hier befindet sich noch ein Organ durch oder? Oh nein. Es regnet. Voll. Ah,種, pufen, flessen. Merk, taman. Man Dogsi. Hat sie bekannt. Oh! Oh. Oh! Ne me 어� Only ihm, knowing. ich weiß nicht ob der Preis irgendwann runter geht Hallo könntest du danke die Yellow-Dings-Modings mitnehmen äh, den muss der auch nicht drücken Lootern von mir das ist auch schön ein herrlich Queen ähm, wieder wieder geht's auch so weißt du's nicht so, Hipbox, bitte rede mit mir so ausrufen so ganz roh oh ne, nicht ähm, ein Blinker bestimmt aber das ist ja sogar unweit von mir unweit ich mach rechts hoch bitte setzen sie ein Blinker und das hier ist ein Gürteltier sicherlich war mein Gott ich ich es war ja voll danke ich patsche nass ne ein Blue-Moon-Butter-Blood alles so gut alles hallo nicht bloß wollte nur nichts oh Bananen ich tränke braun oder keine Ahnung wo toll Wow. Moin, Arzel. Hi. Na ja, ja ja. Mein Kind ist ja nicht so mega, so mega, so mega-bueh. Seeeegut. Ein bisschen Geld. I can't not believe my eyes Minus 5 Leben plus Energie Oh Gott, Hilfe Das fängt nicht so gut Propo It's Oh mein It's Boop Boop, keine Ahnung Plans Made like it Pflanzen nur los Lachen die Maumma 10 Wann die Maumma 10 Wann die Maumma 10 Dann haben wir jetzt nicht so gut Die Bingen mir nichts Nein, man müsste rausfegen Mit dem Bingen, oder? Aber ich mein nur Jetzt können wir das Holz mit Maumma verkaufen Wir können alles verkaufen Anything Amazing Ich will nicht einen Cent-Dollar Can I spend this? Oh, it's so big Ja, die Schmittlinge hat ja nachgefragt Eigentlich Achso, das war die Come on Dings Dings Ein Ding für die Quest Soll ich mir wahren Du Das ist der Ugly Ugly Bugi Ugly Wann Dings 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 Ehhhh Dings Dings Sie sind ja Wien grog die Jungs Na ein Schädel so wo ist das? was ist das? ich hab das alles ich hab da drunter so ein paar ach guck mal ich hab da irgendwas eat something ach so was essen so welcome i want to chat Okay, need anything, let's call. Probably shouldn't have sold you that information. That's true. But this is... That's true. I'm not sure about it... The first one is... What the ... one group of adults... What the? What's going on? so ich versuche mal nur die muscheln zu verkaufen und bringen ich meine muscheln können halt nicht 925 shop close ah guck dir den an der shop hat geschlafen ist irgendwie so gekommen good day ja gut kann jederzeit reingehen oder alles juli es ist ausgetrunken ja um die nicht nur bei zwei stunden 2 e wenn mit dem ganzen tutorial und anerla und sonst das dauert auch manchmal ein bisschen länger oder so aber ja ich glaube ich werde jetzt erstmal hühnerflüge ich habe die mir einst du ah toll verdammt gut verdammt gehen hüpft sich langsam bestimmt nichts Ah, guck mal, Take One. Okay. Ja, einen gegenlassen, einen mitmachen. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Stafsatz. Nicht? Und schwingen. Ah. Und schwingen. Und. Okay, komm. Das will ich. Feuerfrau. Wo denn? Ah. I don't know, but. Egal. So, wir haben jetzt den zwei Stimmis mit. Dann. Ja, ich komme hier oben auf die Stufe setzen. Ja gut, aber ich werde jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, dann auch Ikazuya im Sunny Day weiterspielen. Wobei wir ja noch bei Gut sind. Also, ich wollen mich auch noch ein bisschen spielen. Hm. Und ich hoffe, ich hoffe, ich sehe, das ist gut übersetzt. Und ich bitte, und das ist die Tischsäge, die Tischsäge ist das, die Tischsäge ist das, die Tischsäge verhandelt und später kommt noch viel näher. Ja, könnte mir einfach mal 2.000 Euro für ein Ding. Ah. License. How do I make money? How do I get a pyramid? Coin. Still a bit to go. A bit more License. Fishing. Mining is not... ... ... ... ... ... ... ... Die... Die Blinken ist ja ein... Angeln. Juhu... Immer die. Ah, guck mal, jetzt können wir Treppen und sowas bauen. Hm. Und ein Bild liegt. Brücken. Ah, oh na. Wir sind jetzt teuer. Haben wir, du. Guck mal. Komm. Okay, aber ich würde sagen, dass du hast auch dann mit dem Tutorial, so. Weiter. Motoriell, motoriell. Halalalala. Und, äh, ja. Hab zwar noch viel Bock und alles. Absolut. Deswegen. Und es sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Bin mal gespannt, was da auch kommen wird. Ne? Und ja, diesen, diesen Sonntag ist ja auch keine Idee. Ah ja, ah ja, genau. Taktze. Taktze, also das Spielchen. Ähm, wahrscheinlich werde ich das mal, äh, das mit meiner Liebsten dann, äh, weiterspielen. Aber demnächst vielleicht dann auch. Hoffentlich auch noch. Ich will mir das, dass sie so halbwegs durch haben. Es gibt ja auch eigentlich keinen. Sehr. Sehr. Also. Hm. Oh, nice. Oh, nice. Ja, gut. Aber, äh, ich würde sagen, den letzten, entschuldigung. Und, äh, ja. Kann ich dann den Eindruck. Okay. Ja, ja. Ja. den nächsten Mal wieder. Wie, wie, wie. Bis, Danny. Und danke fürs Reinschauen. Und danke fürs Reinschauen.